Tandem-Einland mit drei Betten. Wir wollen heute noch versuchen, da zu schlafen. Wir fahren in ein Nähbett, in das Einzel. Wir versuchen, das immer nicht zu unterfüttern. Das ist alles marginal. Selbst die Wasserflasche merkt man nicht. Das haben wir oben alles am Segel festgemacht, eingeholten. Da hinten haben wir eine kleine Modifizierung an den Rudern gemacht. Das ist immer oben eingekerbt, damit das hier hält. Und dass man, wenn man vorm Wind segelt, das Segel noch weiter mit rausdrücken kann mit den Rudern hier. Das ist ganz praktisch. Morgen früh werde ich auch nochmal ein kleines Kommentar dazu abgeben, wie die Nacht war. Damit ihr das also nachmachen könnt oder auch nicht. Wir ankern hier. Wir haben einen großen Stein gefunden, das ist unser Anker. Der uns hoffentlich heute Nacht nicht verlässt. Und, ja, wir wollten mal sehen. Das Wetter soll natürlich warm dafür sein. Das Wasser ist hier 30 Grad etwa in Portugal. Okay. Weiteres gibt's dann morgen früh. Ich muss nicht mehr so schnell. Dann bin ich hierher. Und es war, dass ich mir hier. So. Ich mache das. Ich mache es immer wieder. So. Ich mache das Wasser. Ist einfach mal eines Wetter. Vielen Dank.